Untertitelung im Auftrag des ZDF Die Hose runtergelassen, hochgezogen und über die Ohren gelegt Nein! Ehrlich! Hast du dir das Brett vor die Nase genagelt? Hast du dir die Augen hochgenommen, noch Comics-Kleischen draufgemalt und dann verkehrt herum wieder eingesetzt? Oder bist du einfach Gugus? Untertitelung im Auftrag des ZDF